Nimm mich jetzt mal in den Arm, biet mir deine Hilfe an, mir geht's grad gar nicht gut Ich brauch jetzt mehr als Mut, ich brauch'n Freund Wenn nicht jetzt, wofür sonst sind wir füreinander? Na, da nehm' ich in den Arm, ist das so sonderbar, ich brauch'n Freund Wie kann ich's noch besser sagen, als direkt dir ins Gesicht? Ich fang' sogar schon an zu singen, konkreter kann ich's wirklich nicht S.O.S. S.O.S. Keine Worte, sondern Taten, denn zurzeit bin ich in Not Ich kann nicht mehr länger warten, wo ist das nächste Rettungsboot? S.O.S. S.O.S. Durch dick und dünn, durch hoch und tief und durch alle schweren Zeiten Ist doch alles nur gefaselt, hat nicht wirklich was zu heißen S.O.S. S.O.S. Und wenn du sagst, eventuell, vielleicht später oder morgen Klingt das nicht so engagiert, denn ich hab' jetzt die großen Sorgen S.O.S. 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 Danke. S.O.S. S.O.S. Manchmal wird mir einfach alles zu viel. Mal Kronleuchte? S.O.S. 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 Was willst du damit? S.O.S. S.O.S. Gut, dann machen wir es nicht. S.O.S. 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 Das wirdETAining von Grab Bruisa. NA. S.O.S. 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 Untertitelung des ZDF, 2020